Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow. Wir sind wieder in den Burgruinen, denn wir haben ja hier ein... äh, Burgruinen sag ich schon in der Haupthalle, denn wir haben hier ein Kristall gefunden und seht mal hier, hier war ein kleiner Schrank, den hätten einfach kaputt hauen können und da ist schon der Aufstieg zum besagten Kristall. Er liegt hier bei der Leiche. Die sammeln wir mal kurz auf. Bekommen mehr Leben, wunderbar. Schön ist das. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder im, äh, im Refugium, wo wir nochmal gegen den Metzger kämpfen dürfen, denn hier haben wir auch zwei Steine vergessen. Bis gleich. Ciao, ciao. Und da sind wir zurück im Refugium, wo wir hier, äh, noch einmal die Gulu rufen müssen. Äh, denn, wir haben ja schon gesehen, da unten hätten wir noch, äh, gegen die Kamera laufen können. Und ich glaube fast, das müssen wir sogar machen. Im Weiteren können wir direkt hier die Aufgabe mal lösen, wie das sagt, wir sollen. Äh, genau. Diesmal laufen wir genau in die andere Richtung. Und da liegt tatsächlich noch einer. Teddy ist nicht vorher schon gesagt, da liegt noch einer. Äh, denn, wir können hier mal gucken, was unsere Aufgabe ist, wie, der Metzger soll erstmal 15 Sachen in der Küche benutzen. Ich hab keine Ahnung, wie wir das, ähm, bewerkstelligen sollen, denn er das macht. Hier, benutzt mal Sachen aus deiner Küche. Müssen wir den da hinlocken, oder was? Oh, das wird gefährlich. Hallo. Gehen treffen, oder was? Benutz Sachen aus deiner Küche. Ich hab mich zu bekämpfen. Hallo. Benutz Sachen aus deiner Küche. Ich hab ihn irgendwie dazu bringen, was zu benutzen. Da, eine Sache aus deiner Küche hat er schon benutzt. Ach, der holt sich nicht was Neues. Ja, hier, komm. Benutz. Schmeiß. So, benutz noch mehr. Benutz noch Messer. Benutz noch mehr. Komm, mein Freund. Komm. Komm, benutz dein Zeug. Ja, komm, wir haben jetzt ein Fünftel geschafft, da vorne. So einfach kriegst du mich nicht da. Jetzt wird das nächste. Messerchen. Oho. Dö, 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 dö. Böse Wetzgarten, jetzt holt er da noch eins. Okay, okay, okay. Ein Drittel haben wir geschafft. Ja, wirf dein Zeug aus deiner Küche raus. Komm, wirf dein Zeug Hör auf, hergegen mich zu kämpfen Wirf dein Zeug Ach, er schlägt immer zweimal zu und nimmt dann was, oder was? Nö Jetzt wirft er, jetzt nimmt er wieder Ne, er nimmt noch nicht, hallo Hallo, nimmt er wieder was? Ich hab mich mal gerade wüsstet Ich glaube, jetzt müssen wir einfach ein bisschen warten, oder? Nimmt doch noch mehr Messer Ja, aber jetzt nimmt er etwa nur noch Köln, oder? Ne, da nimmt er noch was Was ist das? Wow Okay, er nimmt auf jeden Fall jetzt andere Sachen, ne? Hm Äh, wie viel kann er damit werfen? So, sechs So, da noch mal was, mein Freund Nimm noch was, komm Sei brav Sei brav, nimm noch was Nimm noch mehr Nimm noch mehr Ich soll's was nehmen aus deiner verlappten Küche Dann ist halt nicht mehr gleich was aus deiner Küche Feuer, Hackeball Auf jeden Fall viel Ausweich dran, um das zu schaffen Nimm dir das, die nächste Ja wunderbar, was nimmst du denn da? Noch so ein Feuertrank, ja, ja, ja Gluck, 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 gluck Ja, gluck, 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 gluck Schmeiß damit noch mehr Jetzt nimmt er mal was anderes Warnchen Wow Ja, Hackepeter Ja, schwer ist er Gott sei Dank nicht, aber, äh Dadurch, dass wir natürlich jetzt die ganze Zeit noch ausweichen müssen Bis er 15 mal was benutzt hat Zu allem dauert es jetzt lange Und zum anderen nervt's nicht Nimm was Ob der Topf auch dazu zählt Er hat am Ende so einen Zopf, Zopf holt Oh, diesmal nimmt er ein Messer Der wäre auf das Messerchen Wow, sind wir genau reingelaufen Nicht der So, das gibt natürlich uns die Gelegenheit mal ein bisschen was zu halten Na komm Der Panda So, dann wirft er das Fire Wirf So, noch 6 Stück Nimm direkt das nächste Ein Beil Komm her Nimm noch was So, noch 5 Sachen Dann haben wir es geschafft Ja, nimm gleich das nächste Messer Gut machst du das Schön machst du das Noch 4 Stück Noch 4 Stück Komm, nimm noch mehr Nimm noch mehr So, einen Kristall haben wir hier noch zu finden Ich glaube, der muss irgendwo da gewesen sein, wo das Rätsel ist Denn irgendwo muss die Lösung ja aufstehen Das heißt, wir haben, glaube ich, noch irgendwo einen vergessen Er nimmt noch was Er nimmt noch was Einer ist erschienen Noch 3 Stück 3 Sachen Müsst du noch nehmen Nimm Decker Snacks Er nimmt wieder so einen Feuertopf So, lass das Ding durch Ausbrennen Und dann bist du dich schwer, mein Freund Ich surf das wieder So, noch 2 Sachen Müsst du dir mehr schnappen Da hinten sind noch mehr Sachen Ich weiß echt nicht, ob der Topf bezählt Oder ob das Fleisch bezählt Lalalalala Nimm doch mal was Ich weiß, du hast noch Durst Zum Beispiel Ich weiß, du hast Durst Das müssen wir mal hier hinlocken Weil hier steht ja noch ein Fläschchen Oh, hier ist ein Fläschchen Guck mal da Nimm das Fläschchen Nimm das Fläschchen Hier, komm Nimm das Fläschchen Er hat was anderes geholt Okay Okay, okay, okay Hier, nimm das Fläschchen Nimm Flasche Flasche lecker Flasche lecker Hier, nimm Lecker Fläschchen Sonst noch was? Wettel ist, glaube ich, Kalswende Komm, Fläschchen, her Ja, gut Das heißt für mich aber Ich muss dich treffen Und das heißt für mich Ich muss dich noch mehr treffen Ich hoffe, dass es vielleicht zählt Einfach Dass er sich jetzt Gleich knapp Ja, komm her Komm her Ah, verdammt Ich bin wieder reingelaufen Na komm Hol dein Fläschchen Ah, jetzt nimmt er die Feuerfläschchen Wunderbar Wir haben es geschafft Das heißt Wir können in Ruhe umhauen Na komm So Komm her So Schattenmagie So Schattenmagie Ist ja klar, dass er jetzt Das zählt vielleicht ja tatsächlich Das zählt tatsächlich Und wie das zählt So Noch eine Keile Hat er Aber ich glaube Die haben Jetzt Zerbrochen Ja Schlag So Oh, der hat sich getroffen Erbessen Immer rechts ausweichen Aber ich muss immer ein bisschen Erbessen Immer rechts ausweichen Dann kriegt er auch Selbstattacke bei Ich bin auch damit Und wenn wir auch mit dem Feen ablenken können Wo 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 Ja Ja Dickerchen Dickerchen Jetzt Reicht er Mal Du Dickerchen Reicht jetzt Reicht jetzt Reicht jetzt Es reicht Hab ich gesagt So Er nimmt sich den Topf Kannst du es überspringen Komm Jetzt überspringen wir auch mal So Das war ja relativ einfach Wenn wir jetzt wissen müssen Was wir machen müssen So Ich drücke Und Zurückschleeren lassen So einfach ist er Mal wieder Geschüttel Ratz 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 Die 17 von 15 Haben wir es schon geschafft Ist das nicht schön Also den Job haben wir erledigt Wir können jetzt in Ruhe Äh Den Level beenden Wir müssen noch einen Kristall finden Klar Und der Schlüssel hat er fallen gelassen Auch das wissen wir schon So Mach mal auf hier So 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 Wir bringen wir alle mal Schön nach der Reihe um Das sind ja nicht so viele Gute Zack Aber schön ranholen Jetzt können sie das alles nur so So One-Hit-Wonder Würde ich mal sagen Alle mit einem Schlag Tot Komm her Das waren schon alle Das waren alle Na dann Können wir wieder schön raufgehen Und unsere Energie aufsammeln Wir haben sogar Irgendwieges Leben noch So Dann sammeln wir hier nochmal ein bisschen was auf Ach ja Ich mein Klar wir waren in dem Level schon das letzte Mal Aber wenn wir schon Alles so aufsammeln möchten Ich möchte zumindest alles aufsammeln Möchte ich jeden Job machen Das war jetzt nur eine Ausnahme Glaube ich Äh Wie gesagt Jeden Job möchte ich schon machen Äh nicht Quatsch Nicht jeden Job möchte ich machen Aber jeden Gegenstand sammeln Sollte auf jeden Fall drin sein Also schön alles sammeln Das könnte immer überspringen Irgendwo muss es raufgehen Oder sowas Bestimmt Geht bestimmt irgendwo rauf Bestimmt einfach Was Total Super Fast Aris Glaub ich Das wäre nicht vorne In der Treppe Rechts Na komm Ja war ja klar Dass ihr jetzt kommt War ja klar Dass ihr kommt Oh Äh Wie ging das nochmal Ach ich hab den 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 Eingriff Glaube ich Na sein Oder Haha Das wäre natürlich Schlecht Natürlich Aber wir können uns Natürlich immer noch Wunderbar gut heilen Ja Komm her Er ist der Dicke Natürlich wieder Runter Rasse Und Da war er Hallo Ja 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 Mein Freund Achso Wir hatten ja Einen kleinen Trick Jetzt Nicht mal Vom 2 Bitteschön Oh 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 Ich sehe die Typen Gar nicht Das ist nicht gut Das ist nicht gut Dass ich ihn nicht sehe Nie gut Geht da Geht da Nicht zu sehen Ist nie gut So Aber wir können uns Ja wunderbar Gut bei ihm Heil Du trifft Nicht Mein Oh Der hat mich doch getroffen Geht mal Weg da Weg 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 So Einer ist Geschichte Der wirkert wieder Ein bisschen Fröhlich vor sich hin Äh Ich glaube Überall Ich Lüste Einfach mal zur Ablenkung So Schön Ablenken lassen So Müssen wir auch mal Ablenken Welt Haben wir ihn erledigt Ich glaube schon Stell die Flasche mit Nehmen Bevor sie weg ist So Ich glaube die haben wir alle erledigt Ne da ist noch einer Jetzt ist erledigt So Ich gehe erstmal wieder natürlich aufsammeln Klar Energie brauchen wir ja auch Und dann schauen wir mal Rechts die Treppe da Ich glaube da geht's hoch Aber erst möchte ich natürlich meine komplette Energie voll haben Denn das ist das Wichtigste Das heißt das nächste Mal Gehst du endlich mal zu Kapitel 7 Also tiefer hinein In die Burg Und ich take mal In dieser Folge Lohnt sich einfach nicht nochmal schnell Ein Level anzufangen Ich meine wir haben Zwar ist jetzt 15 Minuten Aber wer weiß Wie lange der Level Hier noch geht So Zack 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 Bissin Scherlaufen Ja Lauf Sprinte Gabriel Belmont Sprinte In die große Halle Ich glaube es gibt wirklich Hier rauf So Ja Tatsächlich Da oben ist noch So eine Kette Eine Kette des Bösen Das ist ja nicht wirklich Eine Kette des Bösen Einfach nur eine Kette Okay Hier können wir uns dran hangeln Äh hier gibt es aber Irgendwelche Gegner noch oder Irgendwas bewegt sich doch Hier noch Und jetzt Hier lang Ach okay Fuhu Das ist aber schon mutig Mein Freund Das weißt du So Die sind oben Oh man Was haben wir denn da vorne Das ist eine Schriftrolle Ah Du hast eine Schriftrolle gefunden Folge diesen Hinweisen Um die Tür Zum Balkon zu öffnen Es gibt drei Runen In jeder Farbe Die dritte und sechste Von links Haben dieselbe Farbe Die Rune Die einer roten Am nächsten ist Immer blau Die erste Rune Von links ist blau Das Rätsel haben wir ja schon gelöst Das war ja nicht sonderlich schwer Äh Durchraten mal Schauen ob ich es nochmal hinkriege Nicht runterfallen mein Freund Du stehst bitten auf dem Balken drauf Warum fällst du runter Oh man das ist natürlich etwas kompliziertes Ding Wo man lang balancieren könnte glaube ich Und wir haben es geschafft Nein wir haben es nur halb geschafft Oh Gott Wie komme ich denn hier am besten wieder runter Willst du jetzt komplett zurücklatschen Es hätte sich anders Würde es gleich zusammenbrechen So knarzen das ganze Holz hier Ich glaube Er hat auch vor Hier runterzufallen Guck mal du stehst hier mitten auf dem Balken drauf Warum willst du runterfallen So wunderbar Hier liegt doch ein Stück doch irgendwo einer Äh Hallo Vorbeigelaufen Wo geht es jetzt hier runter Zu einer Leiche Ha Wie unerwartet So da haben wir auch den zweiten Schattenkristall Wir brauchen nur noch zwei Stück Dann haben wir sie komplett gefüllt Kannst du einfach runterfallen Ne das wäre ja auch zu einfach gewesen Wenn wir einfach runterfallen können Stattdessen müssen wir zurücklatschen Kann ich hier irgendwie abkürzen Ne Na gut Dann balancieren wir das ganze Stück mal zurück Hätte doch hier lang gehen können Habe ich das nicht gerade eben probiert Ich meine schon dass ich das gerade probiert hätte Aber anscheinend wollte er nicht Na dann Wollte er wohl ein bisschen mehr balancieren Als er eigentlich hätte tun brauchen Naja Stört mich jetzt nicht so wirklich Na gut Du bist fast da Gabriel Balanceakt fast geschafft So Wo ging es denn jetzt wieder runter Ich glaube hier ging es runter Halte ich mal fest Oh zack Na gut Ist schon ein gutes Stückchen Ich glaube wenn man hier runterfällt Dann geht es einem auch nicht so gut Aber trotzdem Wird man in der Kette oder sowas oben machen können Dass man ganz schnell wieder runterkommt Und dass ich ein zweites Mal machen muss So Zack Teilen wir uns mal hier entlang Sieht aber schon beeindruckend aus Hört so ein bisschen was nordisches Oder Also die Die dann jetzt die jetzt alle drin sind Und klar Viele christliche Dämonen und sowas Was sich jetzt unter christliche Dämonen vorstellt Wie das Ding da oben So Zack Sind wir unten Machen das Tolle Rätsel nochmal Äh Oh Rätsel noch im Kopf Ja ja Hast du nicht Hast du nicht So Hier vorne das Ding Ist auch rot So Blau Und das letzte ist mal wieder rot Gut Ich weiß das Rätsel ist nicht sonderlich schwer gewesen Zack Rätsel gelöst Yay Ein zweites Mal Tor ist rummer auf Yay Wir fühlen uns wie Helden Wie großartige große Heldin So liebe Freunde Ich gehe nochmal Energie auftacken Und verlasse die Neville erneut Ich hoffe es hat euch gefallen Diese kleine Exkurs Um Sachen nochmal einzusagen Bis dahin Euer Masha Ciao Ciao Wow Yeah